Was ist der Nächte? Porzenstirmen Porzenstirmen In Bayernstirmen Porzen Weißt du Was ich in Dort hat in Bayern an der Regierung war und dort das Nichtraucherschutzgesetz wird so ein bisschen aufweichen Das Porzen erlauben ein Schild draus zu machen ab 18 Dass die Leute da drinnen Raucher dürfen Dann gehen wir wieder hin Falls sie da wieder hin möchten Aber ich denke schon Das ist auch ein Thema gewesen was die ganzen Kneipen Wenn die Raucher wegbleiben dann können wir zumachen Und viele die mindern gar kein Bier mehr Die rauchen dann lieber Cannabis Ja Und wenn man das regulieren wird Schwarzmarkt Diesen Market Dass das aber ein weißer Markt wird Dann braucht man gar nicht so viel Steuern draufhauen Da darf man so viel Geld einsparen dass man sogar echt Porzen subventionieren kann ohne Probleme Und dem ganzen Sterben ein Ende macht Die jungen Leute die auf dem Dorf sind Die brauchen nicht mehr ins Stadion fahren weil sie was zum Raucher kaufen wollen Bei der Wimper Wenn sie es da selber vor Ort kriegen könnten oder selber oberan darf hatten Die Bauern Die könnten sich es halt nie noch dass alles gespät war Stimmt Aber Ich bin ja nicht an der Macht Na das ist gut Das ist ja richtig Ich bin ja nicht an der Macht Ich bin ja nicht an dersqueige Säge Säge